also ein bisschen was hinter dir und die uns haben wir hier am laufen ein hier ich gehe weiter ich habe den zielen angezeigt da würde ich gerne hier laufen um um ich mag das ist kein super mit einer shotgun ausgerüstet stehe ich nicht geht alles viel einfacher und die sind stärker da stecke ich ganz schön ein sollte ich vielleicht nicht kaputt machen wenn ich drunter stehe war interessant ja ein paar torres könnten helfen wenn uns noch keine angreift hier so ein raum oh hallo ihr seid ja ein paar mehr als uns boom 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 sehr gut oh hallo tschüss tschüss zurück 2 1 0 daneben schade hätte cool werden können die vierten trendischen ist so ist noch niemand Rundervue Delta Squad. Ja, das wäre ganz geil, wer die so langsam betreffen würde. Äh. Wo sind die denn? Sind die da? Ja. Okay, das ist nicht gut. Rescue the Squad. No plan survives. Contact with the enemy. Delta Squad faces its most difficult hour. Separated and wounded, the squad must rendezvous and mount a counterattack or perish aboard the ghost ship. I'm in the starboard landing gear section. Rendezvous at the designated coordinates. Copy that, boss. Heading there now. Okay, if you hear me. Was schießt denn auf mich? Das Ding da hin. Mein Gott. Haha. Boom. 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 Das Ding ist natürlich so schwierig zu treffen mit einer Shotgun. Du nicht. Du auch nicht. Vor allem diese Explosions-Dinger. Ach, bei mir stand auch einer. Das ist natürlich scheiße. Komm. Nose-Skopen. Genau. Oh, der wieviel Granaten. Ah. Wieviel Granaten. Die sind schon so beschäftigt. Zeit für einen kleinen Messer aus meiner eigenen. Haha. Jaaa. Blöder Köter. Noch lauter draußen. Na gut. Jaaa. Blöder Köter. Noch lauter draußen. Kaputt. 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 Ah. Geht weg. Tja. Wenn man sich versteckt, muss man damit rechnen. Find the exit to the landing gear. Machen wir doch gerne. Hi. Was bist du denn für eine Opel? Oh. 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 Haha. Haha. Wir kommen ja ganz gut voran momentan. Alone. Höh. 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 No activity. Keep your eyes open. Ambush. What the heck. Homosexual antiarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarm Oh, da war ein ganz schön fetter. Wo kam der denn wohl her? Äh, wir sprechen die Tür. Geht schneller. Die haben wir uns sowieso schon gesehen. Ich will keine Druiden. Hör! Das stört mich so ein bisschen in einem Spiel, weil ich den, wenn die erscheinen und ich den direkt so eine Ladung reinhau, dann interessiert das die gar nicht, weil die noch ihren Auftritt haben da. Finde ich ein bisschen blöd. Naja. Aber gut. Sonst ist das Spiel nicht ganz geil. Double kill. Nein! Da sagt der das noch, ne? Und ich laufe trotzdem rein. Huch. Habe ich dem seine Waffe aus Hand geschossen? Was zum Teufel hat er ihn gemacht? Was war das denn? Haben wir die Granate zurückgeworfen? Was soll das denn? Steht hier was? Sagen gerade so aus, als wäre da irgendwas unsichtbares. Was denn? Da! Hm. Die seh ich viel zu spät. wo komme ich da drauf rumlaufen kaputt machen kaputt die ich habe ich da wo gesehen hat es geht er hatte granaten dabei wo wird der fack wird der fack ok 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 das war interessant da nehme ich mal das im moment oder ich gehe hier einfach mal rum erstmal hier sind ja noch die ich werfe mal so ein paar von den dingern ah ich werde hier getroffen warum geh 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 weiter ich habe gerade Oh. Wow. Da ist auch zu wenig Munition drin, auf jeden Fall. Ich würde ganz gerne nochmal eben zurückgehen. Ich glaube nämlich, dass da irgendwo Leben war. Ist ja ganz gut jetzt. War hier nicht irgendwo ein Leben? Das war ein interessanter Kampf gerade. Gucken wir gleich noch auf uns zukommt. Das kann aber kaum der Endkampf gewesen sein. Sprengen wir nochmal die Tür. Oder den Weg. 1. Detonation. Charge. Oh. Wir waren in den Müll, den wir weggespringt haben. Ich komme zum Rundervollpunkt. Ich schreibe dich, Sir. Aber ich liebe wirklich diese Schäden. Weg damit. Ich blieb in meinen Armen. Leben brauche ich nicht. what, was Chemikalacağız. 1. pap dimensional. Controlling. Delta 4O at rendezvous point. Delta 4O blew up. Blee auf? Und ich danke Ihnen. Tist,ений, heuteikköc. rhythms IDK. Bumm. Die Junktionörerregeln sind durchgefgehend. Der Anzug triple Plan. Sie ist schon mit einer Position. Tist, ich schalte dich. der schönen – der steht in der Stadt tension middle ja kann es gegen ruiden nicht wirklich gut hallo fixer hallo dankeschön ja das war jetzt kein großes problem ok zu delta 7 diese vier weg Dankeschön. Wo ist denn hier noch einer? Da oben. Warum die heroische Musik? Ich hab doch noch nichts gemacht. Mein Gott. Ich schrieb mich auch immer wieder. Lieber. Ich habe den Hush abschießen. Irgendwelche Gegner haben wir hier mal schnell nach. Sonst würde ich gleich mal schnell brauchen. Noch nichts tun. Ich setze ich da dran. Wow. Cool. Bamm. Und Bamm. Wie in der Schießbude. Zack. Ey. Ja, ich hab' ich nicht getroffen. Bamm. Bamm. Ach, fix. Ich hab' ich schon hinter mir. Sehr gut. Wir sind uns gleich wieder. Moment. So, da bin ich wieder. Hier wurde natürlich unterbrochen von, ähm, gewissen Eltern. Ne, sagen wir einfach mal so. Snipe-Position 7 liegt da. Shotgun ist leer? Was? Quatsch. Wär jetzt bestreut gewesen. So, den holen wir mal wieder. Nein, nicht schön, der soll, ne? Okay. All right, Commander. You're safe now. Good. I've got more Lizards to kill. I think they've got 6-2 hold up in the detention block. Then we better get there before the Scali start and on it. So, let's those flavors get close. Ah, much better. Und hier war auch noch einer. Ja, geil. Natürlich nicht die 6-2. J-Break. Oh. Stopp. Hier mach' ich eine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.